Ma'am? Wer sind Sie? Wir sind Polizisten. Hey OC News, Ihre Augen auf der Stadt. Der überführte Polizistenmörder und international operierende Gangster-Bot Charles Jericho soll heute verurteilt werden. Jericho hat mir in den Rücken geschossen. Viele gute Männer begraben. Ich verlange 30 Millionen. Das ist gar nicht schwierig. Du musst das einfach vergessen, Mann. Du hast es selbst gehört. Jericho wird heute verurteilt. Halt uns schön da, wo wir sind. Komm schon, Mann! Fahr! Fahr! Komm schon, Mann! Fahr! 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 ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020